Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Das Leaky Gut-Syndrom, auch bekannt als erhöhte Darmpermeabilität oder durchlässiger Darm, bezieht sich auf eine Störung der Darmbarriere, die dazu führt, dass schädliche Substanzen wie Toxine, Bakterien und unverdaute Nahrungspartikel in den Blutkreislauf gelangen können. Dies kann zu einer übermäßigen Aktivierung des Immunsystems, Entzündungen im Körper und verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, darunter auch Fibromyalgie. Zudem haben Forschungen in den letzten Jahren gezeigt, dass das Mikrobiom, die komplexe Gemeinschaft von Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln, eine wichtige Rolle B der Regulation des Immunsystems und der Entzündungsreaktionen spielt, die bei Fibromyalgie eine Rolle spielen. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Fibromyalgie häufig eine veränderte Darmflora aufweisen, die als Dysbiose bezeichnet wird. Diese Ungleichgewichte im Mikrobiom können zu einer gesteigerten Entzündungsreaktion im Körper führen, was wiederum die Schmerzwahrnehmung verstärken und die Symptome von Fibromyalgie verschlimmern kann. Darüber hinaus haben Forschungen auch Hinweise darauf geliefert, dass eine gesunde Darmflora eine wichtige Rolle bei der Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin spielt, die für die Regulation von Stimmung, Schmerzempfinden und Schlaf essentiell sind. Ein gestörtes Mikrobiom könnte somit auch die psychologischen Symptome von Fibromyalgie wie Depressionen und Angstzustände beeinflussen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Modulation des Mikrobioms zunehmend als vielversprechender Ansatz zur Behandlung von Fibromyalgie betrachtet. Probiotika, Präbiotika, eine ballaststoffreiche Ernährung und andere Maßnahmen zur Förderung einer gesunden Darmflora können dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren, die Schmerzwahrnehmung zu modulieren und das Wohlbefinden von Fibromyalgie-Patienten zu verbessern. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Fibromyalgie häufig eine gestörte Darmbarriere aufweisen, die mit einer erhöhten Permeabilität einhergeht. Durch das Eindringen von schädlichen Substanzen in den Blutkreislauf können Entzündungsreaktionen ausgelöst werden, die die Schmerzwahrnehmung verstärken und die Symptome von Fibromyalgie verschlimmern können. Eine gestörte Darmbarriere kann auch zu einer Dysregulation des Immunsystems führen, wodurch es zu einer überschießenden Immunantwort kommt, die Entzündungen im Körper fördert. Dieser chronische Entzündungszustand kann nicht nur die Schmerzempfindung beeinflussen, sondern auch zu einer Verschlechterung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens bei Fibromyalgie-Patienten beitragen. Die Behandlung von Fibromyalgie im Zusammenhang mit einem Leaky Gut-Syndrom beinhaltet daher oft Maßnahmen zur Förderung einer gesunden Darmbarriere. Dies kann durch die Einnahme von Probiotika und Präbiotika, die Reduzierung von entzündungsfördernden Nahrungsmitteln, die Stärkung der Darmflora und die Verbesserung der Darmgesundheit durch eine ausgewogene Ernährung und Lebensstiländerungen erfolgen. Durch ein besseres Verständnis der Verbindung zwischen Leaky Gut und Fibromyalgie können zukünftige Therapien entwickelt werden, die gezielt darauf abzielen, die Darmgesundheit zu verbessern, Entzündungen zu reduzieren und die Symptome dieser komplexen Erkrankung effektiver zu behandeln. Eine ganzheitliche Herangehensweise, die die Darmgesundheit mit der Behandlung von Fibromyalgie-Symptomen verknüpft, könnte einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Betroffenen leisten. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über die Zusammenhänge zwischen dem Darm und Fibromyalgie zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!